Kassel Rutt mit seinem stolzen Kirchturm und in unmittelbarer Nähe zum historischen Ortskern liegt unser Alp-Moyal, das Sie herzlich willkommen heisst. Hier Monika, meine Frau, die gerade unseren Gästen die Marinsen-Karte gibt. Mit dem direkt angrenzenden Marinsen-Lift gelangen unsere Hausgäste kostenlos in ein wunderbares Naturparadies mit Erlebnisspielpark für unsere Kleinen und einem grossen Wanderwegenetz für unsere Großen. Meine Mutter Elisabeth, sie kommt gerade mit unseren Gästen und unserem Hund Pilo von der geführten Wanderung zurück. Da darf eine kleine Stärkung natürlich nicht fehlen. Nun geht es rauf in unsere liebevoll eingerichteten Zimmer. Ida, unser langjähriges Zimmermädchen, ist hier für das Wohl unserer Gäste verantwortlich. Sie ist für jeden Wunsch offen und hat ein besonderes Auge fürs Detail. Ein Blick vom Balkon auf das Schlernmassiv, das Wahrzeichen Südtirols. Natürlich darf auch der Sport nicht fehlen. Im Wasser lässt es sich auch mal gut flirten. Nach einem erfrischenden Bad geht es dann in die Sauna, um ausgiebig zu schwitzen oder nach dem Schwitzen eine kalte Dusche gefällig. In unserer Dampfsauna erholen sie sich in Ruhe und Frieden bei entspannender Musik zum Wohl. Wer mal nicht den Wellnessbereich nutzt, kann sich entweder im Fitnessraum vor Ausgaben oder sich vielleicht doch lieber einer gemütlichen Lektüre auf unserer Terrasse oder im Kaminzimmer erfreuen. Ach ja, nun geht es zu Urban, unserem Küchenchef, der bereits seit sieben Jahren für unsere Küche verantwortlich zeichnet. Im hauseigenen Garten holt er das frische Gemüse und Kräuter fürs Abendessen. Mit seinen Mannen, Kais und Miro sorgt er für das leibliche Wohl unserer Gäste. Produkte aus dem einheimischen, biologischen Anbau liegen uns besonders am Herzen. Am Tisch sorgen Michaela und Eva für unsere Gäste. Nach dem Vorspreisen haben sie die Möglichkeit, zwischen drei Hauptgerichten zu wählen. Auch ein Nachtisch darf nicht fehlen, obwohl wir Männer uns schon eher auf einen edlen Tropfen an der Bar zur Verdauung freuen. Ihr ich selbst, wie ich Ihnen am Abend ein Schnäpschen kredenzen darf. Wohl bekommst! Man kann einfach sagen, würde ich nicht schon hier wohnen, dann würde ich im Alpmoyal in Kastelruth Urlaub machen. Zusammen mit meiner Familie freue ich mich sehr auf Ihr Kommen. Ihr Martin Fitt Menik Werde Menik hunger 1000 非 werde Vielen Dank.